Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Hans Reinhardt ist diesmal wieder dabei und sitzt mir gegenüber. Hallo an dich. Ja, hallo. Ich freue mich auf die heutige Akte, die wir öffnen werden, weil ich liebe True Crime, das wissen wir inzwischen, aber ich habe dabei für zwei Dinge eine ganz besondere Vorliebe. Betrügergeschichten, die faszinieren mich total und Wirtschaftskriminalität. Ich weiß, es klingt für viele erstmal gar nicht so spannend, aber ich kann mich da richtig in Podcasts und Reportagen dazu verlieren. Also Wirecard-Skandal.